Jetzt hier sieht die Ruhr von Name! Ruhr von der Ecke! Jetzt hier ist die Ruhr von der Ecke! Ruhr von der Ecke! Jetzt hier sind die Ruhr von NC! Er ist jetzt- Ruhr von der Ecke! Mach dir so mal. Komm schon! Auf keinen Hundert. Tarif! Das 5 sein muss, die lang. Weg damit! Ein tolles Team. Ein tolles Team. Er ist ein tolles Team! Es ist ein tolles Team. Ein tolles Team! Das war die Ecke. Das war noch ein tolles Team. Ein tolles Team. Ah, ich kann mir nur den vorgestellten lassen! Die Stahl war langsam! Jetzt bei Maxwell! Die Stahl war langsam! Die Stahl war langsam! Ganz glücklich! Kieferiy! Was Rieds! Rieds! Die Stahl! Die Stahl! Die Stahl! Sehr gut! Sehr gut! Stimmt! Wie die Neuesten war ich heute! Ja, wobei er dreht er ja immer wieder. Jetzt sind wir schon egal. 3-3 Wo waren wir noch die Endgängste mit der 20.30 Schuhe? Unser Arm im Schläge bleibt Ja, wo sind wir? Ja, wo sind wir? Nach der 90 setzt sich durch E-Mail-Werrands 6.904-2-1 und die beiden sind wir in der Mitte 1-2-1 in Volksburg an dieser Stelle. Dankeschön für eine großartige Pokalabloschene. Der heute Morgen ist im 8. Finale! Applaus 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 So geht die Bogen, an der Gogen, an der Gogen. Glocke, Glocke, Glocke! OECD! 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 OECD Aufschütteln!